Ja, und dann möchten wir Ihnen diesmal diese kleine Schmusekatze vorstellen. Das ist eine Katzendame. Sie hat noch keinen Namen. Sie ist circa sechs Jahre alt, kastriert, super freundlich und verschmust. Eine reine Wohnungskatze. Sie hat ein kleines Handicap. Sie hat nämlich nur drei Beinchen. Ein Hinterbeinchen fehlt. Kann ich Ihnen jetzt gerade nicht zeigen. Aber Sie sehen, es ist für sie überhaupt gar keine Einschränkung. Sie ist eine super freundliche Katze. Sie kann ganz normal rumlaufen, sollte halt in der Wohnung bleiben, dass ihr nichts passiert. Möchte auch Einzelprinzessin sein. Wenn Sie sich also an dem fehlenden Beinchen nicht stören, also Sie stört es auch nicht, insofern, wieso sollte es uns stören? Dann schauen Sie einfach mal hier im Dresdner Tierheim vorbei und lernen Sie die kleine Maus kennen. Gucken Sie mal, da guckt sie.